Frankreichs Präsident Macron hat einen massiven Ausbau der Atomkraft angekündigt. Bis zum Jahr 2050 sollen sechs neue Reaktoren gebaut werden. Die Errichtung von acht weiteren werde geprüft. Zudem teilte Macron mit, die Laufzeit der bestehenden Kernkraftwerke solle auf mehr als 50 Jahre verlängert werden, wenn es die Sicherheit erlaube. Deutliche Kritik an den Plänen kam von Umweltverbänden und der Opposition. Hier an der nordfranzösischen Küste könnten bald zwei neue Reaktoren stehen. Das größte Atomkraftwerk Frankreichs Gravelin ist einer der Orte, die Stromanbieter ÖDF für Neubauten vorschlägt. Die Entscheidungen heute sind für den Bürgermeister gute Nachrichten. Die Atomkraft belebt die Wirtschaft in der Region. So können wir auch viel investieren, zum Beispiel in ein kostenloses Bussystem. Präsident Macron hat heute beim Besuch einer Turbinenfabrik in Belfort eine Renaissance der Atomkraft angekündigt. Unser Ziel ist es, Frankreich als erstes großes Land auf der Welt in 30 Jahren von fossilen Energien unabhängig zu machen, unabhängig von anderen Ländern zu sein und eine Vorreiterrolle bei den Klimazielen zu erreichen. Frankreich hat nach den USA die meisten Atomreaktoren auf der Welt. Zu den 56 bestehenden sollen sechs moderne Druckwasserreaktoren dazukommen. Acht weitere Projekte werden geprüft. Die Kosten mindestens 50 Milliarden Euro. Für Frankreich hat Atomstrom auch eine strategische Bedeutung. Atomenergie mit dessen ganzen Industrien in Frankreich betrifft über 200.000 Arbeitsplätze. Es ist strategisch wichtig. Frankreich beherrscht die ganze Kette. Und natürlich hat Frankreich auch Atomubote, Atomflugzeugträger und Atomwaffen. Die Opposition wirft Macron ein Wahlkampfmanöver vor. Umweltverbände kritisieren die Atompläne als unvernünftig. Doch Macron hat gleichzeitig den Bau von 50 Offshore-Windparks angekündigt. Die Kapazität der Windräder an Land soll außerdem verdoppelt werden.